Hallihallo und herzlich willkommen. Wir sind immer noch Eisfaust. Herzlich willkommen zurück zu Bioshock. Es geht weiter. Das sieht geil aus. Aber ich will lieber meinen Sonic Boom drin haben, weil mit dem fahre ich zur Zeit am allerbesten. Und wir hören immer noch den Big Daddy, aber der interessiert uns jetzt nicht mehr, weil wir haben alle Big Daddies in dieser Folge fertig gemacht. Beziehungsweise, nein, wir haben alle Little Sisters gerettet. Ich kann schon wieder nicht reden. Wir haben alle Little Sisters in diesem Level fertig gemacht und jetzt wollen wir doch mal dem alten Peach Wilkins unsere tollen Fotos zeigen. Nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Ach nee, konnte ich mir jetzt überhaupt nicht denken. Deiner Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in die Ruhrposten, lass ich dich reiten. So, und ich war auch noch richtig blöd, natürlich. Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens deine Plasmide nicht wegnehmen. Ich gehe natürlich in die Eiswelt und was mache ich als erstes weg? Das Feuer, genau. So, das heißt, wir müssen hier nochmal ein bisschen was ändern. Und zwar nehmen wir dann jetzt doch erstmal das Eisplasmid raus und setzen Abfackeln wieder rein. Und haben wir vielleicht sonst irgendwas, was wir noch vielleicht ändern können. Jedes Mal, wenn du etwas hinkst, das ist eigentlich ganz gut. Verbandskäste verleihen auch Eve. Verbandskäste verleihen etwas mehr Gesundheit beim Durchsuchen. Das werde ich mal reinmachen. Ich wollte gerne noch ein zweites Mal durchsuchen. Einfach nur mal ausprobieren. Ich habe damit noch keine Ahnung. Mit dem habe ich noch nichts gemacht. Shorten-Alarms brauchen wir jetzt eventuell wahrscheinlich noch nicht. Was haben wir hier jetzt? Hier haben wir noch Körperpanzerung und wenn du getroffen wirst, gibst du einen elektrischen Schlag ab. Ja, die würde ich gerne erst mal drinnen lassen. Okay, wir medizinen uns mal auf. Die E-Spritze nützt uns jetzt noch nichts. Und jetzt muss ich mal probieren und jetzt kann ich erneut suchen und es passiert nichts. Toll. Dann machen wir wenigstens das hier weg und schicken den Hackers Focus. Hackers Focus, ein weiteres Tonikum, beliebtes Gentonicum der Hackers Smart Produktpalette. Endschärft fallen in Sicherheitssystemen. Wir garantieren weniger durchgeschmordene Schaltkreise oder Geld zurück. Ähm, das finde ich eigentlich nicht ganz schlecht. Aber das tun wir auch erst mal in die Genbank, dass wir dann mal in den Kampf haben. Nope. Gut, ich lasse ungern... Na? Toll, das bringt uns ja echt viel. Hier ist nichts drin. Scheißkisten. Ähm, ja, ich lasse ungern jetzt die EVE-Spritzen hier rumliegen, aber es nützt nichts. Wir sind voll ge-eved. Und ich mag so überhaupt nicht hier reingehen. Jetzt mal ganz ehrlich. So, wir haben den Autohacker, den nehmen wir. Den Verbandskasten können wir natürlich nicht mitnehmen. Hier hinten, hier mal... Eigentlich könnten wir noch mal... Könnten wir uns noch mal auf-even. Wir packen das hier weg. So. EVE-Spritze reinig mir. Warum? Was soll der Geiz? Wir haben's doch. So. Schönen guten Morgen. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ja. Hier hinten ist zu. Ich, äh... Zünd das hier mal an, Vorsichtshalber. Und geh mal lieber weg. Ich wette, als dein Boss aus der Hölle hat... Hat jetzt unser Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, siehe wohl, Mr. Fontaine. Ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Äh, hab nix gemacht. Ich hab ein bisschen... Ihr gehört uns! Uns! So kommt das für den Zunft nicht. So, ich habe... Nicht die geringste Ahnung, was ich hier tun soll. Ich werde erstmal alles hier anzünden, was hier zuvor ist. Da hinten... Nein! Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Aua! Au! Wo denn? Ach, von dort. Oh, scheiße, der macht mit Molotov-Cocktails. Aber geil, wir können hier todos auf den Wind gusten, natürlich. Chau mal nur mal weg, chau mal ne лиш Suiker! Nein! Voll! Das hat ja wieder geklappt wie sonst was. Geht bitte auf, Gitter-Chamber. Hier können wir uns nochmal aufheilen. Hier nehmen wir uns gleich nochmal die EVE-Spritze mit. Wir sollten uns vielleicht eventuell, obwohl wir könnten eigentlich nie... Ne, gehen wir dann nochmal zurück. Äh... Gut, ich hab das drin. Okay. Geh weg! Gehst du weg! Ach, von wo denn überall? Mann, gehen wir nicht auf den Keks hier! Hier, nimm es zurück! Brauche ich nie! Alter, blöde Sackgesicht! Ne, will ich nie! Überhalts dir doch! Jetzt mal ernsthaft! Ich will das nicht! Oh, hier sind noch mehr! Das Subo-Jog wurde nur von Schmuck nach Dien mit uns. Der Eingang ist bestimmt und versteckt und die Schnöckler nicht mit der Nase drauf gestorben. So, hab ich jetzt hier mein... Ah, nein! Wo war denn der? Oh Mann! Brrrr, das war... heftigst! Wo war denn die in die Kamera? Ist die da hinten? Hat mich echt gesehen? Quatsch! Lalalalalala! Wie hab ich jetzt hier nicht gesehen, die Kamera dort? Ach, hier, hier sind wir. Hier sind wir. So, einmal hacken bitte! So! Boah, Leute! Ich stelle mich ja wieder! Wie der erste Idiot an! Ich finde das wieder lustig. Aber ich meine, wer kann schon so gut... Wer kann schon so charmant in einem Let's Play failen, ha? 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 Okay. Ähm, ich glaube, wir könnten es eventuell schaffen. Und habe ich jetzt dieses Hackers-Dienstbox da drin oder nicht? Weil hier sind zu wenig Pops-Schlüsse. Ich habe keine Ahnung. So, eine gelegte Sicherheitskamera. Sehr schön. Jetzt holen wir uns noch dieses Ding dort. Beziehungsweise, ich weiß nicht, kriegen wir das in irgendeiner Weise kaputt? Nö. Wir können hier drüber steigen. Wah! Los, hack, hack, hack! Oh, wir haben es geschafft! Juhu! Juhu, juhu, juhu! Wir haben es geschafft! Leben hat wieder einen Sinn! Jetzt müssen wir uns hier einfach bloß noch so weiterhacken. Und dann haben wir es geschafft! Ole, ole! Hm! Das tut mir leid! Nein! Eigentlich ist es früher morgen. Ich müsste eigentlich total... Weiß ich nicht. Total unmüde sein. Das ist der fehlende Kaffee. So. Das hätte man auch. Den Verbandskasten nehmen wir natürlich nur mit. Und jetzt hätte ich fürchterlich gern wieder meinen Sonic-Bühne drinne haben, weil mein Sonic-Bühne einmal geblasht ist. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch eine Franzette. Den haben wir auch schon durchsucht. Was ist mit denen hier? Die haben wir noch nicht durchsucht. Stimmt, da hat uns immer die Kamera so ein bisschen aufgehalten. Was ist mehr nicht? Da haben wir ja ein Sicherheits-Bot-Shutdown. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Ist hier noch mehr? Ah ja stimmt, wir können ja noch mal durchsuchen. Wir können ja noch mal durchsuchen. Ich hatte das ganz vergessen. Aber hier können wir alles nicht mehr. Schade. Gut. Gut, gut, gut. Dann werden wir uns hier mal einfach... Haben wir uns jetzt eigentlich die Leiche von Peach Wolfens schon irgendwie zur Bemühung geführt? Oder wo ist der eigentlich hin? Ach, hier hinten. Es blieb nicht mehr viel von ihm übrig, außer eine Eif-Spritze, eine Verbandskasten und einer am Helm. So, dann gehen wir mal hier rein. Guten Tag. Gesundheitsinspektion. Ja, der Fisch, der hängt aber auch schon eine Weile hier. Könnte das sein? Ja? Hier haben wir alles voll, aber wir könnten ja mal so machen. Wir sind die Kisten zu untersuchen und... Toll! Dann nehmen wir uns doch einfach mal die Eif-Spritze. Wir können aber noch mal untersuchen. Irgendwie ist das interessant mit dem noch mal untersuchen. Habe ich noch nie gehabt. So, wir machen mal. Feuer! Und natürlich ist hier nichts. Feuer! Lieber weggehen? Und... Irgendwo ist hier was. Feuer! Feuer! Leia! Okay, hier haben wir doch Sachen, die uns interessieren. Nöööööö! Ich will die PJ und die mit. Nehmen wir alle mit. Und mehr gibt's hier nicht. Kein Audiobook, gar nichts. Der Ramons brennt aber eine Spitzer in den Arm, weil hier einfach so eine rumliegt. Aber, der hat auch nichts. So, dann können wir hier raus. Sonic Boom? Hallo? Hallo? Warum habe ich mir eigentlich meine... Bin ich eigentlich doof? Warum hole ich mir denn irgendwie nicht meine Waffen zurück? Why? Taschenflash. Taschenflash, Taschenflash. Ist nix drin. Und ich höre. Ich höre. Und ich fotografiere dich einfach mal. Einfach nur, weil ich es kann. Und das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Geht rot. Aua! Der Fischbrett. Ich wollte bitte den Sonic Boom haben. Hallo? Oh, jetzt klingelt das Telefon. Äh, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Die wollen mich heute einfach nicht in Ruhe aufnehmen lassen. Das finde ich echt blöd. Jetzt hat gerade das Telefon geklingelt. Meine Mutter war dran. Falls es irgendjemand interessiert, wollte mir was erzählen. Und das Telefon dauerte genau eine Minute, weil sie dann zu tun hatte. Yay! Okay, Leute. Ähm, wir machen weiter. Ihr habt ja von der Unterbrechung nichts mitgekriegt. Ich schon. Und, äh, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Meine Presse. Immer wollen die Leute. Immer wenn ich aufnehme. So, hier kommen wir durch. Hier kommen wir durch. Und hier ist... Dollar! Oh. Nein, ich wollte... Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich gebe mir meine Presse zurück. Und wir haben hier nichts. Toll. Aber eine Leiche. Können wir die nochmal untersuchen? Ist da vielleicht irgendwas? Nein, natürlich nicht. Ganz großes Kino. Oh, ein Autohacker. Sehr schön. Ich wollte eigentlich bloß den Autohacker. Aber wir müssen, glaub ich, nochmal zu dem anderen da rüber. Um uns einfach noch schnell die Eve-Spritze zu holen. Und dann kann das eigentlich nicht weitergehen, oder? Dann müssten wir eigentlich alles haben, oder? So, und ich würde sagen, dann sind wir eigentlich bereit zum weitergehen. Wir haben ja alles erkundet soweit. Denk ich mal. Und dann gibt's... Oh! Power to the people! Fontaine Futuristics! Eine Waffen-Upgrade-Station. Und wir upgraden natürlich als allererstes die Schrotflinte. Jetzt ist die Frage was ist wichtiger? Schadenssteuerung oder Feuergeschwindigkeit? Hmmmm. Hmm. ich denke mal ich denke mal die Feuergeschwindigkeit wird vielleicht eventuell wir nehmen erstmal die Feuergeschwindigkeit und zack damit ist die Waffenupgrade Station geschlossen, aber wir kommen natürlich wir bekommen natürlich dieses tolle Upgrade, das sieht natürlich hammerhaft, sieht geil aus und jetzt geht's mal weiter nochmal hier drunter gucken ob hier irgendwo was ist zum Beispiel hier was ist eingefrostet Pistolen, Maschinengewehr und so so ach Mensch Leute, ich muss mal ganz kurz in die Option reingehen mir fällt gerade etwas auf und zwar ähm, stelle ich mal die die allgemeine Lautstärke hier ein bisschen runter, weil das Problem ist, ich habe festgestellt in den Videos hört man zeitweise also mir wurde in den Videos gesagt, dass man dass man, wenn ich's wenn ich's in der Nachbearbeitung zu leise stelle das Video, dass man dann äh, meine Stimme äh, die Stimme von den von den Figuren nicht mehr hört und wenn ich aber wenn ich das aber hoch lasse dann hört man manchmal meine Stimme nicht mehr und das ist natürlich auch blöd deswegen, ähm ja versuche ich das einfach mal so runterzustellen und mal hi guten Tag äh, uh da war ja noch einer schönen Dank auch du Arsch jetzt muss ich hier wieder den ganzen Weg zurückgehen nur wegen dir da streckt das Let's Play wieder in die Länge wie Atze, Leute also das geht ja mal gar nicht Entschuldigung tut mir leid ich wollte das jetzt echt nicht strecken oder so also auf gar keinen Fall also länger das Let's Play also irgendwie nötig so Foto Foto, Foto, Foto und wir haben wieder mal ein A-Foto von einem Nitrosplitzer ja ich dachte ich schlag dich mal mit deinen eigenen Waffen kleiner Nitrosplitzer und na ist hier noch was drin? nein natürlich nicht so anbrutzeln hier mal und mal gucken ob hier noch irgendwas rumliegt no hier noch irgendwas das ist natürlich I verbrauchen ohne Ende aber na gut so hier gibt es auch nix mehr das können wir noch untersuchen das nehmen wir alles mit und wir haben noch ein Audiobook Fontaine macht uns jetzt mächtig Feuer unter Behindern er will 80% unseres Gewinns und droht damit uns an Ryan auszuliefern wenn wir nicht mitspielen dieser Hurensohn Sammy G meinte noch dass er darüber nachdenkt so bei Polizei zu gehen und am nächsten Tag wurde er in einem Sack im Wassertod aufgefunden wir haben keine Wahl wenn wir bei Fontaine bleiben enden wir am Galten und wenn nicht ergeht es uns wie Sammy G es muss noch einen anderen Weg geben tja und ihr habt glaube ich den perfekten Weg gefunden einfach mal ein bisschen Rebellion gestorben seid ihr trotzdem so hier gibt es jetzt nichts mehr dann können wir eigentlich hier weiter gehen und gucken ob wir in irgendeiner Weise irgendwie hallo ich bin der Postbote hallo oh ich hab das ach ich scheiße auf Fontaine überhaupt nicht verstanden aber ist ok so hier gibt es jetzt hier noch irgendwas was wir mitnehmen können nö 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 ein bisschen angebrutzter Fisch aber das braucht man nicht unbedingt deswegen äh rammen wir uns wieder eine Spritze in den Arm und gehen weiter kein Ärger mehr geben das ähm ja sag ich dazu noch irgendwas ich glaube nicht ähm kein Ärger bedeutet immer es gibt mächtig viel Ärger oh mein Gott ja Speichervorgang läuft bitte das Gerät nicht ausschalten Uppsala ausgeschalten so Leute und bevor wir jetzt hier weitermachen muss ich leider sagen die Folge ist schon vorbei trotz Telefonat zwischendurch etc. etc. pp ja ähm ich bedanke mich fürs Zusehen bleibt nerdig bis zum nächsten Mal